Du hast uns jetzt hier einen Dreidecker mitgebracht, Hans. Eine Fokker DR1, ne? Von? Von Hersteller, von Red Plains. Weil er fliegt uns den Dreidecker jetzt hier vor an drei Zellen. 1000 mAh, drei Zellen hast du da drin. Von Red Plains. Bei Wind. Bisschen windig ist das. Ja, ist ein Dreidecker, ist kritisch immer ein bisschen der Start, die Landung. Hau einfach Gas rein. Ja. 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 Hans, die Flugzeit beträgt in etwa mit dem Akku? Keine Ahnung, nur drei Minuten, vier Minuten, ne? Ja, das lacht viel bei mir gerade. Das lässt sich auf der Stelle drehen. Schöne tiefe Überflüge, gehen die? Ja. Dass man mal noch ein bisschen die Bäume im Hintergrund hat, sieht ein bisschen besser aus. Die Piloten immer so hoch fliegen, ist nicht schön. Ist ja durch die Windverhältnisse leider so geschuldet. Was ist ja durch das Fahrzeug. Das ist ja durch das Fahrzeug ist ja durch das Fahrradfahrt. Das ist ja durch die Windverhältnisse. Zu millennial, geht es ja durch die Windverhältnisse niemals. Deswegen ist es schon mal, da kommt ihr Zeitpunkt in das Fahrradfahrt. Das ist ja durch die Windverhältnisse, aber das Fahrradfahrt und ich bin. Geist es ich vom Táb charakter. Geist der Bedeckung. Geist der Bedeckung mit den Ingebernen. Geist der Bedeckung. Ja, für das kleine Modell richtig viel Wind eigentlich heute, ne Pans? Schauen wir mal die Landung, dass die Landung funktioniert. Ja, gucken wir doch gleich mal. Ja, perfekt, würde ich mal sagen, ne? Hat er doch wirklich gut gemacht hier. Ja, perfekt, würde ich mal sagen.